Neuzugang bei das Sommerhaus der Stars Die beliebte TV-Show, in der sich berühmte Pärchen krassen Karl Engels stellen müssen, und auf engem Raum zusammenleben, ging vor wenigen Wochen in eine neue Runde? Mit dabei sind unter anderem DSDS-Bekanntheit Cosimo Ziziolo, 40, mit seiner Freundin Nathalie Gauss, und auch Bauer sucht Frau Stars Patrick Romer und Antonia, 22. Sie bekommen nun noch mehr Konkurrenz. Christina Grass, 34, und Marco Zerullo, 33, sind jetzt eingezogen, das Bach-Eloir in Paradisepaar durfte nachträglich zum Format dazu stoßen. Steven, 48, und Katharina de Freude-Dieser, betonten sie gegenüber Promé-Flash. Als Christina und Marco ins Haus eingezogen waren, haben wir es als Bereicherung empfunden. Wir glaubten, dass die Karten noch einmal etwas neu gemischt, und gefestigte Strukturen vielleicht aufgebrochen werden können. Auch Erik Sindermann, 34, und seine damalige Partnerin Katharina Hamburchen hofften darauf hin, dass sie die Neuankömmlinge auf ihre Seite ziehen können. Viel Zeit zum Eingewöhnen hatten Christina und Marco aber nicht, auch sie mussten an der bekannten Kalenge-Tandem-Parken teilnehmen. Doch dabei bewiesen sie, dass sie trotz ein paar Diskussionen ein eingespieltes Team sind, denn sie konnten. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.